so dann geht das hier mal wieder weiter feucht fröhliche naruto shippuden mit dem sturm 3 full berg action und unbedingt ich will mit ihm hier mobben ohne scheiß mit geil da freue ich mich jetzt schon drauf geil wird jetzt schon hype der vogel hat geld geschissen warum machen das die vogel die vögel in eurer welt und für wichtiger geil warum fest du sowas an ich meine mittlerweile bewundert verwundert es mich bei denen ich mal so es ist ganz egal von dem wir reden dieses christ aber guck nicht wo wir es mal ich spiel dieses spielten zu großen intervallen was sind jetzt noch kassier anaschen hier doch kochen ist warte mehr aufzübren doch sind jetzt noch ich bin mir so gott wie das bei wie bei ihm das mal aussehen würde schade ich hätte es gern gesehen dein wahres ich ist ein fischmensch ja nee doch nee merkwürdige bestie du musst reden wie wäre es wenn du dich einfach hinsetzt und the fuck abschatz ich dachte es schlitzt nicht ich dachte das ding reißt nur get your shit together jetzt kriegt der fisch aber auf die nase und gibt's fisch filet nehmen wir dann mal schönes beziehungsweise ich glaube ich muss jetzt mal wieder ein bisschen was einpacken ja doch und bindungszeichen kraft bewegungs tempo das dürfte glaube ich ganz gut passen let's do this kisam ist eigentlich a longs verschollener sohn ja manchmal glaube ich das auch so a longs verschollener emosohn kraft mit ultimativen du zu bänden wenn es weiter nichts ist ich will punch this shit out of you dude kaput was ist das magst du das lassen finde ich nicht so cool kaput schluck schluck bach k zu 100 kr kr ein bisschen sagt hier stop it! I punched you! Pankai! Ende Gelände Bist ein Heifischloser Oh yeah! This is how we do it! So machen wir das in meiner Stadt! Schön Tiger Ball ins Gesicht geschmissen Macht einen auf Sagaat! Tiger! 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 Tiger Apocat! Ich weiß nicht, ich mochte irgendwie die damaligen Soundfiles aus Street Fighter 2 von Sagaat Er ist immer nur so Tiger! Tiger! Tiger Apocat! Soll ich dich nochmal hauen? Soll ich dich nochmal hauen? Ja richtig, Lutsch, sein Herr! Die Kampfkurse von D.A. ohne Scheiß! Die Kampfkurse von D.A. ohne Scheiß! Jutsu des Sharknado? Jutsu des Sharknado? E-Shin-Sagaat! E-Shin-Over! Jutsu des Sharknado? Jutsu des Sharknado? Jutsu des Sharknado? Fischstäbchen-Flashback. Captain Igloo, Origin-Story und sowas. Das klang falsch. Blue Firestorm, du siehst das falsch. Kisame ist schlicht und ergreifend Alongs verschollener Emo-Brüder. Da käme man doch an den Zähnen und einer Fratze. Und entfernt ist er auch mit Jinbei verwandt. Aber das ist eine ziemlich abgefuckte Story. Nein, nicht nochmal Sharknado! Zawardo! Das ist ja die Lahmefassung, was habe ich verpasst? Also eigentlich lässt er sich von seinen eigenen Haien fressen. Okay, das klingt um einiges cooler. Aber Wasserballon-Nojutsu klingt auch nicht schlecht. Das Mikro war im Weg. Konnte ich lesen. Jetzt ist es viel besser. Aber das ist ja auch nicht so. Aber das ist ja auch nicht so. Ich kann mich nicht so. Ich habe ihn ausüblich verpasst. Aber ich habe ihn verpasst. Ich habe ihn, was ich vor mir gekommen. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn gesagt. Warum hat er mich verpasst? In solchen Momenten wünsche ich die Wedge-Witch-Partner. Vielleicht liegst du auch falsch, ne? Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich da keine wirklichen Vorteile sehe. Der einzige Vorteil, den ich gesehen habe, ist, dass man während des Streams mit Bits donaten könnte. Und Donates sind nicht zurückfändbar, das ist das Einzige, was mit Aran aufgefallen ist. Und ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie helfen würde, meine Reichweite zu erweitern oder sowas. Das würde mir halt nur eine neue Donation-Funktion geben. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt, ja, you know, dass es irgendwie nicht wert ist. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Oh shit. Muss ich echt die Papiertruse? Ja, ich bin die Papiertruse. Okay. Laut euch der wohl langsamste Charakter im Spiel. Bin ja mal gespannt. Spannend, was auch mir hier zukommt. Ja, bei Bits kann man gratis bekommen. Bist du einen mit gleichzeitig einen Cent und nach einer Zeit bekommst du einen kleinen Sub-Button. Aha. Also wirklich. Kann die Frau eigentlich irgendwas? Das ist ja nicht mal ein wirklicher Combo-String. What the fuck? Alter, das ist nicht mal ein ganzer Combo-String. What the fuck? Woman, you suck. Alter, du bist so schäbig, Frau. Alter, ich gehe hier drauf. Alter, ist die Frau scheiße. Alter. What the fuck? Kann ich nicht mal? Weil ihre Moves sind so Gülle. Und Madara ist einfach mal broken. Alter, das war no damage. Ihr habt, der Count hat ja alles von mir. Alter. Das ist ein Boss-Battle in sich selber. Begon, you fuck. You fuck. Alter, ich krieg hier echt einen auf den Arsch. Der Combo-String ist so lächerlich schlecht. Oh yes, renn rein. Danke dafür. Alter, ich habe ja kein Problem mit langsamen Charakteren, ne? Aber wenn sie dann wenigstens Damage machen würden. Aber Jesus, die Frau macht ja gar nichts. Bist du einfach nur langsam. Wenn man sie kann, was kann sie denn? Habe ich einen Mufa-Pass von ihr? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen Mufa-Pass von ihr, der total broken ist oder sowas. Oh Mann, oh Mann. Aber sie spielt sich unglaublich scheiße. Das ist das Problem. Irre Combo, die fühlt sich ja nicht mal toll an. Das ist einfach nur Papier, Papier, Papier. Ach ja, habe ich schon Papier erwähnt. Mit Papier! Ja! Beschmeiß ihm ein Papier-Kügelchen. Das ist einfach nur ich. Ja, Herr Hiko, Nagatomo, hat sich mit mir geflogen. Sie sind nicht nur ein Koma-Kügelchen. Sie sind für mich, dass sie sich für meine Willen kämpft und sterben. Das ist das, dass meine Willen kämpft. Alter, du redest wie so ein richtiger Tryhard, weißt du das? Ja, aber Hiraya hat sich wenigstens vernünftig gespielt, irgendwie. Die Kombo, seine Standard-Kombo von ihm hat sich wenigstens angefühlt wie eine Kombo. Bei ihr hatte ich das Gefühl, man könnte aus jedem einzelnen Angriff rausdashen. Killer Queen! Jetzt gehst du trotzdem drauf. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin Schere, Bitch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wie wär's, wenn du es nicht tust? Das passiert, wenn sie immer Papier wählt. Erko, ich soll jemandem richtig auf die Nase hauen. Kann ich auch einfach da hinspringen? Wisst schon, mir die zwei Schritte, die ich jetzt da hingehen muss, sparen. Da liegt eine Tüte mit Geld. Warum liegt hier eine Tüte mit Geld? Warum liegt hier eine Tüte mit Geld? The fuck's wrong with you people? Alter, ihr habt doch nicht mehr alle Flöten, ey. Ich gehe diesen Baum hier nochmal lang. Nehmen von Vögeln ausgeschissenes Geld auf. Ich bin Protagonist, ich muss den Weg gehen. Buch des Sprinters, das hätte ich jetzt auch gerade gerne. Top 10 Most Intense Rock, Paper, Scissors. Äh, Jojo gewinnt leider trotzdem. Part 4. Just saying. Okay. Bwee. Okay. まずは Chakra Modoになるべし. Cottoは速やかになるべく. Woos! Komm mit,この後は何すんの? まずは,キュービット力合わせて. 俺と手合わせ. おっちゃんと手合わせ? なるほど. Okay. Ich weiß, dass ich den Nartos' Gelegenheit zur Zeit vertreten habe, um zu nachdenken, um das Gelegenheit zu finden. So ist das? Okay! Mach du dich, Jojo! Mach du dich, ich dich! Ich bin die Chakra. Ich werde das, was ich sehen, Nartos. Wegen! Super-awesome-Mode. Jetzt muss ich das mal wieder alles ausrüsten hier. Weißt du, nur wegen hier fucking Rock-Paper-Scissors, bitch. Ja, Naruto ist so ein bisschen Saiyajin auf einmal. Das geht jetzt richtig auf die Glocke. Das geht jetzt richtig auf die Glocke. Das wird jetzt richtig wehtun. Naruto nimmt auch Saiyajin ein bisschen zu ernst. Eigentlich sollten nur die Haare golden sein. Let's do this. Oh mein Gott. What the fuck? Yo. Das lässt sich mal sein. Kaboom. Oh fuck. Au. Penner. Ich hab den Finisher noch gar nicht. Shit. Meist ich halt damit planen. Der Move ist super cool. Einfach... Ich slide ihm einfach die Knie weg. Ich hab ihn. Yeah. Oh yeah. Nice Sache. Der Finisher wird episch. Okay, gut, dass ich ihn also noch nicht hab. Pfff. Pfff. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn er hier diesen Modus an- und ausmacht zu diesem Windows-Sound. Ja, doch, kann mir gut vorstellen, das Ding ist wahrscheinlich immer noch pissig. Ja, geil, nochmal woanders hingehen. Okay, zurück in den Wasserfall. Nee, mehr brauchen dein Holz definitiv nicht mehr. Was willst du machen? Holz da hinsetzen? Soll ich Angst haben vor deinem Holz? Oh, nee. Oh, nee. Mr. Ninja Infocards und Zombie-Daterer. Ganz großes Kino. Spiel falsch. Das ist Zombie-Daterer. Jeder, der so wiederkommt, ist nämlich Zombie so und so. Das ist mir scheißegal. Ich bin Zombie-Daterer. Bist du an wen mich Kabuto erinnert? Und, äh, Medusa, aus Soul-Liter. Das ist mit diesem Umhang. Oh, nee. Das heißt, das ist ein Nartos. Nur, ich habe noch nicht gesehen, dass ich noch nicht in Ordnung habe. Ich habe noch nicht so viele Schöne, die sich nahe. Dedaara! Ich glaube, ich glaube, dass ich noch nicht so gut bin. Ich verstehe. Das ist sicherlich ein Schöne. Das ist natürlich ein Dedaara! Das heißt, dass ihr zwei hier seid? Das ist... Es ist schon sehr, D-Dor. Ich bin ja gar nicht... Ich habe sehr gut gemacht, dass ich meine行ungen verletzten. Wie gesagt, dass ich die Geist des Anfragen des Anfragen habe. Das war das, was ich nicht so schlecht. Aber ich habe keine Angst, dass ich mich nicht so schlecht verletzen. Wenn ich die Geist des Anfragen habe, mit sicherheit nicht wir brauchen den absolut verrückten professor ich glaube naruto hat solchen charakter nicht ich bin ein zombie das ist eine beleidigung für dr stein das ist ein sehr guter aber das ist ein mitzvallig ich bin irgendwie frei das ist das ist wie es das ist Sasuke ist eine Beleidigung für alles selbst. Oh shit, er muss mich besiegen. Oh shit, boy. Jetzt sagen wir nicht, ich muss als fettes Kind spielen oder als alter Mann. Ich muss als alter Mann spielen, ja fuck my life. Ich könnte einmal in meinem Leben Däderer bekommen, weißt du, einmal Killer Queen aktuell sein, aber ne, ich bin der fucking Opa. Ich bin fucking Anti-Gravity Opa. Okay, gut. Let's do this. Ja, okay. Absteine. Du Penner. Abstein. Magst du das mal lassen jetzt? Alter, bist du nervig. Alter, du Nervarsch. Magst du das mal? Das war's für mich. Na komm Okay, das geht weit Na komm Ne, nicht weglaufen, du Arsch Ich geh mal für deine Honore-Spende, dude Ihr habt Stein Oh Gott, ist das Teil nervig Und trotzdem erst, obwohl ich mich super schlecht angestellt hab Nimm mich hin Ja doch, das Roots of Nature hat grad ziemlich gut gepasst Aber trotzdem, vielen Dank, dude Du ferd Ihr habt aber auch in letzter Zeit, was Follows und Donations angeht Echt geiles Timing, muss ich ja mal sagen Entweder das oder meine Notifications sind einfach passend Irgendwie hab ich das Gefühl, dass dieses Kapitel einfach überall ist Ich komme mir so merkwürdig vor Das tut so immer Haha Wo ist eigentlich Gay? Oh shit, das heißt War Ruft Nickelback Oh shit, ich darf jetzt No-Name spielen Oh bitte Oh bitte, bitte Ja, ich Achso Ich darf Baumann spielen Oh fucking Baumann Ich schreite zur Tat Was ist bloß los? What is going on? Äh, falsche Richtung Dam 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 Dramatisch untersuchen Ist egal Brauch grad keine Pilze Was hast du denn jetzt für ein Problem? Oh Oh nein Nicht Captain Boy Oh mein Gott Seit dieser 1 Szene in Storm 2 Habe ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe Mit seinem dummen Gesicht So wie er seine Handbewegung macht So Boy Das würde ich eigentlich mal machen müssen Ich glaube, das muss ich mal nach oben Oh, das wird witzig Ich darf Baumann sein Nice Ich darf Baumann sein Ich will schon immer mal Baumann sein So ein fucking Baum Jutsu Scheiß Yamato Baumknutscher Boy Captain Cowboy Oh shit He doesn't fuck around Das ist Nummer 2 Oh, er macht ernst Vollstreffer Aha Perfekt Lass das mal Warum ist der schon wieder im Erwachenmodus? Überschreibt man nicht, Junge Fuck Komm, das wird mir jetzt nicht nehmen lassen, Junge Gotcha Bald soll das du Ich weiß, ich kann Yamato einfach nicht ernst nehmen Ich weiß, es sollte man Aber so seine Fähigkeit Sein Gesicht Sein fucking Helmchen, was er hat Den rechten Joystick kurz antippst Moment, also L3 Habe ich glaube ich nie gemacht Sollte ich mir mal angewöhnen Ich möchte mal so betonen Wie oft wollte er eigentlich noch auf diese Scheiße reinfallen Verflucht sei er Dieser Schuft Ach, R3 Hast du dich gerade gesagt Ach, den rechten Stick Sorry Hab mich verlesen Sorry, sorry Oh, der Baumann mitgenommen Jetzt musst du diesem ständigen Boy hinterherlaufen Oh, der Baumann mitgenommen Das ist aber flucht Heißt du, Barry, das schnappet hier Oh nein Alter, dieser Schuft Moment, ist Captain Boy jetzt echt so lange weg Gut Das war wohl erst mal Vorerst sein letztes Boy In meiner geheimen Dreckhöhle Ähm Oh, shit Scheiße, ein neues Älmchen Die sind schnell wieder zurückgekommen Das x-markierte Stelle Ich finde, das ist ein dritter Schuft Hier wird die Schüttel und die Schüttel Das ist ein dritter Schüttel Das ist ein dritter Schüttel Also, das ist ein dritter Schüttel Also, das ist ein dritter Schüttel So, dann können wir das Wir wollen Und die Schüttel Jetzt haben wir Anruf Anruf Wir haben hier Wangen Für Es ist ein Beispiel für die Beziehung der Daten-Kanze. Wir können uns sofort die Schenobb-Lingung sein. Das ist ein Wettbewerb? Das ist ein Wettbewerb? Das ist dein Wettbewerb. Oh, du hast es schon gemacht? Ah, das ist das eine Wettbewerb? Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Oh shit, wenn jetzt noch Piraten dazukommen, dann haben wir die ewige Frage geklärt. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum ruft nickelberg kapitel 5 das war kapitel 5 war kapitel 5 so kurz oder kann mir das so vor ich meine wir haben gerade mal 20 vor sechs viele kapitel gab es noch mal mit full burst glaubt neun oder drohende ninja weltkrieg hat das klingt überhaupt nicht bedrohlich der fucker die auch cool ist aber deine augenringe sind krank jesus geht zum hat war shut the fuck up Wow, fängt ja geil an. Könnt ihr mal aufhören, allesamt rumzubitchen? Ach, hey Wolle, was geht? Wieso habe ich mir das gerade so vorgestellt, dass Gaara da oben steht und einfach brüllt? Shut the fuck up! Oh, das ist Opsom. Oh. Ich bin bereit zu mir, um zu schreiten. Ich habe mich für die Zeit am Ende des Blut des Blut mit mir verletzten. Ich bin bereit. Aber ich bin ein Einwander der Sklaue, der mich mit der Schrauben hat. Ich bin ein Wander für mich. Ich bin ein Wander, der mich so zu schreiten. Er hat mich mit mir geschaut. Also haltet euer Maul! Also haltet euer Maul! Jesus, dude! Gute Arbeit! Rumble! Also wir haben Zombie Didera, wir haben Zombie Dich, wir haben... Jesus Christ, wie viele Zombies hast du da gemacht in der Zeit? Okay... Wirklich schöne Zombies hast du da gemacht. Richtig schöne Zombie... 100.000 Zetsus? Eeeh... 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 Nicht, dass es mich interessiert, aber... What the fuck ist aus Sasuke geboren? Hat er immer noch seine Augen-OP hinter sich? Oder haben wir Glück und er ist dabei drauf gegangen? Eeeh... 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 Er hört grad Linken Park, das ist schön. Hoffentlich hört er wenigstens die... äh... die alten Alben. Eeeh... 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 Ah, Kankomo, was geht mit dir? Eeeh... Eeeh... Einander... Eeeh... Ähm... Wie geht's dir? Killer Queen! Killer Queen hat schon den Ton geschlossen. Oh ne... Zombie Sasori und Zombie Deidara. Ne, Sai hat das Sagen. Sai ist... Ja, es ist Sai. Dass man bis heute im Rätselwieser so gegen Sakura verlieren konnte. Stimmt, warte mal. So ist ein Lüge zerlappen. Hä, Hidan? War das nicht so... Er konnte nicht sterben, ist jetzt einfach nur eingebuddelt. Quasi lebt noch und denkt, was ist das? Ja eben, ich wollte grad sagen, der lebt doch noch. Shigamaru hat ihn an sich nur verbuddelt. Und du kannst halt nix wiederbeleben. By the way, ich hab dich! Wo du noch lebendig warst. Suck on that! Ich find dieses... Alter, dieses Bild im Grunde. Hier, guck mal, ich hab dich! Kennst du das Gesicht? Richtig! Richtig, das bist du! Arschloch! Oh, warm Kakuro. Oh, das wird nicht... Oh, warum Deidara? Das realisiere ich jetzt erst. Oh, das wird dann noch weniger witzig. Hier ist dann zweimal... Okay. Au! Ich verstehe kein Kuro noch nicht wirklich. Ach so, ich muss die Puppen einfach tanzen lassen. Ah! Jetzt verstehe ich. Geh weg, du Nerv-Teil! Ah, sehr schön Die Range ist irgendwo da hinten Ich begreife Kankoro 0 Ohne Scheiß Ich begreife diese Moves 0 Alter, ich kriege so hart auf die Nase gerade Sack ist echt Not done yet Meine Spezialität Der große Gator Ich hab keine Ahnung was das Ding ist Aber es tut gut weh Und es stunnt Es hat einen Flammenwerfer Ich mags Ich geh jetzt rauf Oh yes Kill dich mit dir selber Das war eine ganz abgefuckte Version des Selbstmord Ja das gibt kein gutes Ranking Nein Kankoro liegt mir überhaupt nicht Ohne Scheiß Kankoro liegt mir überhaupt nicht Ich weiß Ich kontrolliere im Grunde nur die Puppen Ich lass quasi echt die Puppen tanzen Aber darauf komm ich sowas von nicht klar Ohne Witz Das ist äh Oh Gott Jesus Ey ich hab verstanden wie es funktionieren soll Nur Das umsetzen ist so ungewohnt irgendwie Ich mach auch mal was Anti-Zombie-Nojutsu Ich weiß nicht Irgendwie hatte ich gerade echt Probleme mit Kankoro Ohne Witz Das fühlte sich sehr Unnatürlich an Sodass du nicht mit der Position der Attacken übereinstimmst Sondern dass du dich mehr auf die Puppen konzentrieren musst Aber trotzdem bist du eine normale Hitbox Das hat mich aus dem Konzept gebracht Ich komm mit solchen Charakteren leider einfach nicht klar Äh Oder sie Ich hab gesagt Ich strene morgen und eventuell Donnerstag nicht Und Freitag eventuell Aber doch heute wollte ich Also doch ja Na morgen kann ich nicht Weil ich hab morgen Abend noch einen Termin Deswegen Wird das zeitlich alles ein bisschen zu hektisch Donnerstag könnte funktionieren Ja Freitag ist auch wieder so eine Sache Weil da hab ich so eine komische Zwischenschicht Und Samstag ist fucking Tekken So fucking hype Was ist denn jetzt los Strategie Ergülkarte Äh Der Schild ist Schlachtfehl Möchte Inzwischen Sprechen Witz Ganz diese Karte Nice Also Ergo Ich muss so oder so Alles machen Geh ich mal davon aus Bin ich richtig der Annahme Dass ich Äh Ja Alles tun muss Es ist die Reihenfolge Demnach Wurscht Weil ich seh jetzt nix Was irgendwie You know Weil da würde ich sagen Fangen wir oben an Oder arbeiten uns nach unten durch Du musst alles machen Okay gut Ich muss also So oder so Alles machen Hä Okay Alter Alter Li Die Nusslose Sakura Gay und Kakashi Okay Wer ist Sakura nicht Äh Äh Offenbar kann ich gerade nur den machen Also ja Wow Hanzo Ach du Scheiße Ryugawa Katikinikodau Was dagegen Digger Bitt mich Rom Digger 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 Sprüche Digger Die Zer Digger 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie wär's, wenn ich dir dein Herz rausschneide, hm? How about that? Komm, gehen wir es an. Oh, ich bin schon die ganze Zeit gespannt, wie sich dieser Kerl spielt. Mein Samurai in einem Ninja-Spiel, da bin ich schon die ganze Zeit Hype drauf. Wobei Hanzo auch ziemlich cool aus sieht an sich, diese Maske ist ein bisschen weird, aber hat auch zu leicht Style. Ja, doch, 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 ja. Kampf mit ultimativen Jutsu-Bänden. Gift wirkt nicht gegen Feind, weil wir vergiften dich tödlich. Oh. What? Ach du Scheiße, what? Au. Du Pimmler. Oh, er macht den Move. Was? Ay, Karamba. Gacha. Wow. Das ist gut. Okay, dafür muss ich nah sein. Oh. 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 Oh, come on. Fuck it. Oh, das Gift ist wirklich böse. Gacha, bitch. Oder auch nicht. Ich will das sehen. Das ist zu episch. Oh, fuck. Yes. Gacha. Gacha. Oh. Das ist so awesome. Oh, das ist so awesome. Trotzdem S-Rank aus irgendeinem Grund. Alter, war das cool. Es ist so Klischee, aber es ist trotzdem so stylisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war super Klischee, aber auch super awesome. Oh Gott, ist das warm. Ah, gut, heute ist immer noch besser als die letzten Tage. Du bist scheiße. Könnte daran liegen, dass du ein Zombie bist. Weil du Zombie und ich nicht. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Geh zurückzuhren. Du sag. Du sag. Du sag. Du sag. Du sag. Das hat uns das Wasser gesagt. Die große Wasserkugel hat uns gesagt, dass er es gemacht hat. Ich weiß nicht warum. Also ich kann mir so in etwa vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ja, it´s weird. Destroyed! Ach so. Das macht sich jetzt... Ich sollte ihn aber in Arsch treten. Ich wollte ihn aber... Ich wollte ihn aber... Ich wollte ihn aber... Ich wollte ihn aber in den Arsch treten. Er hat ihn aber einfach weggenommen. Uncool. Gut, spiel ich halt Sakura. Ey, weh, du gibst mir Sakura spielen, ey. Ohne Scheiß. Was ist das? Woher ist denn so? Ich habe ihn jetzt aus dem Park und 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 dem Park. Aber ich glaube, es ist nicht so weit. Das ist alles fertig. Nee, ich würde das nicht, äh, ne? Oh, kalte Luft. Oh, kalte Luft, der hat was geiles. Geberli. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Zombie Zabuza. Oh, I waited so long for this. Oh. On Zombie Haku. Oh, okay. I just waited so long for this. Storm 1 hat mich in dem Punkt so dermaßen enttäuscht. Ich weiß nicht wieso, ich find Zabuza einfach supercool. Oh, okay. Oh, okay. Ja, und Sasuke hat supermäßig aufs Maul gekommen. Das war witzig. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Halt deinem Maul kaputt, ich bin ein Zombie. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, okay. 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 Okay. Oh, okay. Oh, mal wieder ein bisschen. Ich muss mal wieder auffüllen hier irgendwann. Tiemannsargel fühlt sich leichter, kurz aus der Generation. Dürfte, glaube ich, ja gar nicht mal so schlecht sein. Just in case. Let's go. Ja, damals ist Sabusa verschwunden, müsst ihr wissen. Er ist verschwunden. Mhm. Deutsches Ingo. Oh, muss alles kinderfreundlich sein, for fuck's sake. Let's do this. Au. Geht doch. Gehen wir auch noch. Fuck. Alter, der greift so gerne. Ich hoffe, wir haben zu tatschen. Wow. Alter. Habe ich gerade Haku gezeigt, was ich von ihr halte? Wow. Der weltlangsamste Grab. Okay. Sie stellt sich immer im Weg. Alter, what? Sorry, ich verwechsel das jedes Mal. Ich weiß, Haku ist ein Kerl. Ich verwechsel das jedes Mal. Ich weiß, ich weiß, was ich von ihr halte, Sabusa. Mad Dad. Ah, mit Ninjuts. Okay, fuck it. Ist auch egal. Trotzdem gute Bewertung. Ich dachte, es war vom Bosskampf die Rede. So, Boss, Bosskampf, you know. So mit episch und so. Haku. Haku. Back streets back. Alright. Achso, das war es noch. Oh. Es ist noch nicht vorbei. Oh, shit. Der ganz rechte, ey. Alter. Deinen Namen kann ich nie aussprechen. Alter, Back streets back. Alright. Alter, der ganz rechte sieht echt aus, als würde er sehr viel Queen hören. Oh, cool. Ich glaube, ich kriege einen richtigen Support. Das sind Zombies. Sakura, ey. Shut the fuck up. Fresh, fresh skull point. Ultimative Entscheidung. Ein bisschen unvernünftig. Das ist egal. Läuft es jetzt nicht gleichzeitig aus. Äh, sichern sie. Mach wieder Legendary. Alles bis auf die allererste Entscheidung. Ich bin bislang auf Legendary. Also, Sakura, halt das Maul. Das ist ja wieder typisch Sakura. Äh, ja. Das kann in die Hose gehen. Äh, ich bin eine Frau. Also, ich bin dumm, ey. Dumm, dumm ist Weib, dumm Nuss, ey. Äh, echt die, 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 die Frau hat sie nicht mehr alle auf dem Löffel. Gesundheit über 40. Ja, jetzt sag mir nicht. okay wie cool also wie cool fuck ganz vergessen wie das ging ouch shit da ist einer down jetzt steht er wieder nö nimm das queen get right son das war einer ich mache euch alle platt oh ja sehe ich auch noch die maillot plan oder 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 und die anderen mit schaden und du auch noch queen oder 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 ach du auch ja gut wenn das der fall ist man jetzt du gehst halt drauf oder oder get wrecked c ich habe die alle hintereinander zerstört einfach kaputt gekloppt oh weiter im text mit SSV Trophäe ja aber wie was habe ich denn falsch gemacht dass das Spiel mich so bösartig bewertet habe ich die Schleuder Combo verkackt oder was deswegen bei allem Respekt ne aber wer erwartet dass ich das hier dass ich die Untertitel jetzt noch lese während ich hier versuche zu gewinnen au okay let's go nope nope und 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 Das war's für mich. you fucked up Oh mein Gott, sogar die Ninjutsus ändern sich hier. Oh mein Gott, sogar die Oh mein Gott, sogar die Das war's für heute. Du bist nicht so gut, was du? Na, lass uns mal sehen. Der Geistige Geistige. Der Geistige Geistige. Die wirkliche Kraft. Alter! Alter! Yった! Yった! wow alter alter der damage damage dammit das läuft schon besser das 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 ist schwer das 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 war definitiv gut gut war gut tut mir voll leid ohne scheiße oh 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 not you fucks oh shit you guys fucked up die die große wasserkugel sagt uns äh gibt grad nur dem sonderangebot äh ich meine alles gut und r ja berater was das ich 2 2 3 und 5 3 zu 3 3 und Das ist gut. Das ist gut. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin sehr schwierig. Die Jungs und Akatsuki, noch nicht auf dem Weg zu lassen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Wenn du in der ersten Stadion der Stadion, wer die Stadion der Stadion, oder der Stadion der Stadion, Und das war schon Kapitel 6? Ich glaube ich werde jetzt nicht mehr allzu lange machen, obwohl wie gesagt heute sowieso nicht so lange. Generell, hier kommt gerade die Sonne wieder raus und es wird langsam echt warm hier drin. Geht's! Die 3e Verteidigung, die Gehagin zu bringen! Die 5e Verteidigung, die 3e Verteidigung! Die 5e Verteidigung, die 3e Verteidigung! Geht's! Die 7e Verteidigung. Die 4e Verteidigung! Die 6e Verteidigung! Die 6e Verteidigung! Die 7e Verteidigung, die 3e Verteidigung aus CS Sie. Genente und Genente? Wo sind wir jetzt schon, dass er noch soidiere was sind? Die beiden von … Wir gehen jetzt noch das Ok了 kennen. Die 6e Verteidigung! ich wollte eigentlich nicht weiter aber gut habe eigentlich langsam hunger aber gut kloppen wir was auch immer das ist ok weiter im text 30 prozent ok laser ja setzungs kloppen, because why not alter ist der typ cool ich hab' wir auch bei deinem text oh ne du zombie kaku so also zombie zombie kaku so gut wow alter die frames gehen hier mega mäßig in keller hat der denn noch seinen organspendeausweis dabei das sieht nach einer ziemlich langen stage aus ich habe auch weiter laufen ninja walken laser irgendwas macht doch wie viele von euch leblosen wertlosen geräten gibt es eigentlich das war eine bombe auch ok person mit swag Okay, wenn es nicht so auf einen fokussiert ist, ist es ja gar nicht mal so ineffektiv. So, weg. Kann ich euch einfach ignorieren? Okay, ich merke das jetzt mal. Ich sollte mich beeilen. Shit. Natürlich ist der Organspender wieder da. Ich weiß, dass es auf Zeit ist, aber ich dachte, ich darf nicht einfach weiter. Au. Penner. Magst du mich jetzt mal aufstehen lassen, du kackpatzen? Alter! Nur weil du für übelste Frame-Einbrüche sorgst, heißt es noch lange nicht, dass du dich wie ein Arschloch benehmen musst. Dreh jetzt auf damit, ich habe keine Zeit für deinen Bullshit. Mach doch jetzt! Und tschüss! Get rekt! Und tschüss! Und tschüss! Beide. Ja, okay! Fuck you! ich benutze das mal so ninja walk straight durchbomben ok hört ihr mal auf mit beiden gleichzeitig zu reden ich hasse so was ohne scheiß ich hasse es wenn zwei leute gleichzeitig auf mich einreden der fuck seid ihr eigentlich und diese zwei moment diese zwei kerle haben 20 kage gekillt hat er einem so viel böse luft zu gefächert oder war ok er hat aber auch sein muss das gefällt mir nicht ich wollte eigentlich stehen da haben dann nicht okay nein du solltest ich kann mich nicht weg porten ja danke jetzt kann ich jesus geht mir langsam echt auf den keks au 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 los panther das ist der falsche spielt der falsche ok ihr seid yo wann hört das mal auf bei dir alter sind die asozial ja bitte ich will das nicht nochmal sehen müssen das ist das was mich am meisten abfragt ok eine leiste habe ich schon mal wir machen fortschritt die wollte ich eigentlich behalten doch nicht den da das ist nicht gut ich dachte meine kombo ging doch oh fuck oh fuck oh aber die treffen ihre eigenen leute das ist nice laser assort dich haben wir beispiel nano bei ten wo 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 Ah, fuck Au, Mann Lass das doch Nee Alter, wie soll man dem ausweichen? Und wir kommen schon Ja, geh wieder zu dem hin, wo mir nichts bringt Ja, es interessiert ihn überhaupt nicht Magst du jetzt mal hierbleiben? Du blöder Penner I'm getting sick of your bullshit Das Anwesieren funktioniert nicht, Leute Ich versuch's doch Das war schäbig Rang Y Oh Gott So gut diese Fights ja auch sind So unpraktisch sind sie trotzdem Oh, ich will doch einfach nur Feierabend machen jetzt Mine Güte Wollt's so lange eigentlich gar nicht machen Ach, Dr. Fleisch von Mietmann Was geht Ich stopf euch jetzt in den Topf Dann kommt mir eine Suppe aus euch Mann Scheiß dein Topf Wow Wow Jetzt kommt mir eine Suppe aus euch. Jetzt gibt's Suppe! Chef, die größte Wasserkugel redet zu uns. Da habe ich das Spiel jetzt pausieren. Hier durfte ich doch, oder? Achso, jetzt geht das auf einmal weiter? Okay, back. Oh. Oh, okay. Ich kann die Wasserkugel begutachten. That's nice. Darf ich dich ansprechen und speichern? Oh, ja, bitte. Oh, ich kann Feierabend machen für heute. Oh, ich dachte, das Spiel zwingt mich jetzt dazu, hier noch mehr zu machen heute. Glücklicherweise nicht. Weil, das war's für heute. I'm done. Mir ist grad so warm. I done so much shit today. Ich brauch heute jetzt mal ne Tüte Ruhe. Ich brauch jetzt einfach ne Tüte Ruhe.